Grüße aus München-Gladbach, heute beim Star Wars Liedschenturnier im Stars of the Galaxy. Ein Star Wars Museum, also eine richtig coole Location, um ein Turnier zu machen. Aber wisst ihr was? Nicht lange schnacken, guckt uns einfach mal an. Also, bleibt dran! So, dann wollen wir mal einmal hier durchgehen. Da sehen wir ja schon, ja, der Imperator erwartet mich schon. Einfach mal winken. Ja, die Kasse ist besetzt. Sehr schön, dann habt ihr hier einmal den Verkaufsraum. Das ist auch der Dirk aus Karlsruhe. Ja, also die Spielergemeinschaft aus dem Süden ist auch da. Es gibt Spieler im Süden, es gibt auch Communities. Ja, sehr schön. Hier der Dead Trooper, der bewacht natürlich die Sachen hier, dass keiner die schönen Star Wars Sachen mitnimmt. Hier oben seht ihr dann den Eingang zum Museum. Und wollen wir mal weiterschauen. Also hier ist alles, was das Nerd-Herz begehrt für Star Wars, findet ihr hier. Und hier hat der Thomas, der Besitzer vom Stars of the Galaxy, extra für uns Schilder gemacht. Und dann wollen wir mal reingehen in den Raum 1. Ja. Hier haben wir unsere Tische, der Matthias und der Tim. Der Tim wird unterstützt vom Slimer da oben. Ja, die Berliner sind auch da. Ja, der Luke, der nicht mehr gewinnt. Der Matthias aus Holland ist auch da. Hey, sehr cool. Hier wird hart diskutiert. Die Diskussion laufen. Ja, wir haben den Calvin aus Holland. Auch wieder Team Netherlands. Genau. Der die Tauntown zu früh hatte. Oh, du Schlimmer, du. Ja, du Schlimmer. Hier haben wir den Finn von der Alderaaner Wochenschau. Und den Anders aus, vom Team Holland. Hier wird auch noch hart gekämpfert hier. So, dann gehen wir mal weiter in den Raum. Weil wir haben ja nicht nur ein Turnierraum. Nein, wir haben zwei Turnierräume. Seht ihr schon? Wird gerade ausgeschildert wie das Star Wars Liedchen. Und jetzt haben wir hier unsere, ja, unsere Orga-Eingang mit unserem Logo. Hier könnt ihr nochmal gucken. Ja, alle, die zur Deutschen Meisterschaft sind, bis Dienstag. Ja, klingt nochmal bettel. Kiwi, 20% Rabatt. Unsere Sponsoren. Ja, dickes Danke. Und hier der Eingang zu den drei Schlachtplatten. Und hier wird noch... Ein Spiel ist hier noch gerade. Ja, der Marvin hat auch noch Platz bekommen. Ja, hier auch. So. Hier so eine Platte von Finn. Habt ihr auch schon gesehen. Ja, also eine gute Platte. Der Martin. Der Stefan ist auch da. Hier. Ja, du hast eingeschafft. Hier wird auch noch hart gekämpft. Das schöne Gelände vom Battle Kiwi. Ja, sind jetzt mit Runde 2 soweit fertig. Gleich in Runde 3. Und dann seht ihr gleich mal noch weiteres von uns. Bis denne. So. Wir befinden uns jetzt im Eingangsraum des Museums. Vorne. Ist die Theke vom Chef. Mit dem werden wir gleich nochmal sprechen. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal rein. Da seht ihr schon. Star Wars Legion. Einmal da. Und einmal haben wir hinten. Ich nehme euch jetzt mal mit bis zum Orga-Platz, den wir uns hier gebastelt haben. Und hier verbringe ich heute den meisten Tag am PC. Ist das düster jetzt vielleicht? Und dann gehen wir einmal durch. So. Das sind die ersten Spieltische. Das erste Spiel läuft dementsprechend. Ich nehme euch auch mal mit über die Spieltische. Alles gut. Hier. Ihr spielt. Ich muss um euch rum. Ach. Ich muss um euch rum. Nicht anders rum. Auch die neuen Town-Towns natürlich direkt wieder mit drin. Sogar schon bemalte. Ich muss um euch den Pio zu minen. Ich aktiviere. Du mal direkt geschossen Kontakte. Ja. Das ist halt das Einzige, was du machen kannst. Volle Kanne draufhalten. Superchner hast du versucht wegzuwürfeln? Ja. Und da ist nicht viel, ist ja leider nur Superchner wegwürfelt. Na, nicht wirklich. Irgendwas passiert bis jetzt. Okay. Ja, darf er trotzdem zum Glück schießen. Ja. Dann viel Spaß. Ja, danke. Da sind natürlich wieder aus dem Süden unsere Freunde mit den leuchtenden Lichtschwertern und auch den leuchtenden Darksaber schon. Sabine gets something, get an A. Und now I have one free, I get this order to the Ripper. Jetzt ist mir das wieder durch den Orga-Raum durch. Und nehme euch einfach mal mit in den zweiten Raum. Den wir haben. Ihr seht hier eine riesige Sammlung an Star Wars Kram. Überall. Mega, mega, mega. Also, hätte ich gar nicht gehabt, dass so viel, also in so einem Unscheinwaldland so viel, letzten Endes drin steckt. Aber, aber gut. Ein paar Collectors-Miniaturen von anderen Systemen mit dabei. Marvel zum Beispiel und Doc. Ne, es ist nur Tony Stark. Ich dachte, ich hätte irgendwo einen Doc auch gesehen. Vielleicht habe ich ihn auch noch gesehen. So, äh, ja, wir gehen jetzt direkt wieder. Ach du, ne, die Spielplatte, das, was sie gebastelt von uns, muss ich mal zeigen. So, wir haben hier wahrscheinlich Schlachtung Scarif. Da steht auf jeden Fall New Wing. Wir haben Kranik mittendrin. mit zwei X-Bings. Hier sind unsere beschossene Death Trooper. Gucken wir mal durch. Da stehen ein paar Rebellen, die sich verteidigen. Darunter Pau. Gegen eine Handvoll von Sturmtruppen. Da hinten war es schon auch schon die Unterstützung. So, ich nehme euch jetzt direkt in den anderen Raum. Und hier sind die meisten Tische. Das heißt, sie schießen einfach nur auf die Tautons. Ja, ich gucke mal durch, wie es direkt beim Daniel läuft. Fast auf jedem Tisch bei den Rebellen sind in den Tautons zu sehen. Ebenentsprechend, die O-Meter hat sich verändert. Mit dem Licht ist er natürlich nur ein bisschen schmürt. Jetzt hier. Natürlich noch die Strahler haben, die nicht für die Ausstellung gedacht sind. Aber. So, wie läuft es? Hi, ist jetzt gut? Ich bin der Stefan, der ist heiß. Wir haben uns hier schön gegenseitig auf die Mütze. Schöne Spiele. Aber die Speederbikes sind natürlich wieder, das darf man nicht vergessen. Als Scharfschützenjäger sind die sehr gut. Wobei ich mal in Panzer, das würde ich auf jeden Fall in den Berater petzen. Das wäre ein großer Gäste. Ja, muss bei einem Berater gemeldet werden am Ende des Tages und dann halt ausoptiert und neu erbesterucht. Ja, da wirst du mal ran und so weiter. Das ist alles plattgeblich. Der unbare, wie es ist, ist ja auch jetzt ganz schnell, hat das Scharfschützenjäger verlassen. Der George Borst hat seinen Kopfgeld bekommen. Oh, 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 oh. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. So, wir machen mal einen Kampf und ich melde mich zur zweiten Runde dann. So. Mal einen kurzen Blick in den Raum 2 und dann nehme ich euch mal mit nach oben. Wie ihr seht, übertrieben voll, alle machen am Team nur hangeln. Und jetzt gehen wir mal hoch. So. Und auch hier überall Starus-Kram. Holy. Guckt euch das an. 400.000 Stück. Heiliger Bim Bam. 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 Er wird gerade geknickt und er hält seinen Kopf. Und er hat ihn als Kind. Entschuldigt. Ach, Quallen? Das ... WTF? Ich habe Informationen, von denen das Gelingen der Rebellion abhinkt, in das Speichersystem dieser R2-Einheit gegeben. Wie geil ist das denn? Es liegt bei euch, um diese Droide-Ufersenz zu ihnen nach allen und gelangt. Dies ist unsere verzweifelste Stunde. Helf mir, um ihr Kind. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Wie geil ist das denn? So, wir gehen weiter. Das Philippe Sky Walker Stungeewards. Das Philippe Sky Walker Stungeewards. Das ist die Sam Trä Himmel. Das ist die Fortune. Wie ist das? Er, Alarm? Ja. Das ist Halle-Hannes Bauer. Das ist das? Der ist auch. Und was ist das? Hör! 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 Mieger! Hör! 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 Ein Tautor! Nein, noch eins! Hör! Hör! Ich bin wirklich wirklich der Exeggüter. Da ist doch bloß gut mit dabei. Bitte keine Deoramen und Figuren berühren, ja gut. Es geht immer und immer weiter, mega. Also hier steckt richtig viel Detailliebe und Arbeit drin, muss man einfach den Besitzer lassen. Steht eine Jahrzehnte Arbeit bestimmt drin, der Hammer. Und selbst Hanso reingefroren. So. Mal weiter. Ach, die Säge war okay. Rancor. Und auch die Carbonia-Feanlage. Carbonit. Carbon? Carbonit? Ich komm grad nicht drauf. Originalteil des Sabernack. Da ist das hässliche Vieh. Ach geil. Star Wars Racer Arcade. Ein alter Automat. Mega. Ja. Harnshot first, yes. Ach du Schande, geht das noch weit. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Wie viele verschiedene Filmreplike, Gesichter, Lightsaber hier hängen. Ich hoffe die ganze Zeit einfach... Ah, hier ist so was in Underworld dazwischen. Ich hoffe einfach unten braucht mich jetzt gleich keiner von... ... als Judge. Sky High. Ah, jetzt sind ja auch ein paar Sachen mit dazwischen. Die dann halt nicht dazu gehören, aber wenn man hier mal guckt. Blaster Pistole von Boba... äh sorry. Blaster Karabiner von Boba Fett. Hier wo das Lichtschwert. Das von Ahsoka. Hier unten die Pistols von Django. Ich glaub ich kann das Mara Jane hören. Ich kann wahrscheinlich gar nicht alles einfangen, was hier oben so rum steht. Dementsprechend selbst vorbeikommen. Wollen wir mal einen Blick riskieren. Hammer. Ach so was. Ian Flux ist dabei. Oh. Der Anahilator 2000. Die Schlachtort Geonosis ist jetzt Lego. Super Kampfdreben. Wir sind Kampfziehen. L.A.U.T. Oh, Atmeer. Das ist eine Falle. Oh. Krass. Hat der jetzt nicht mitgekriegt. Aber es dreht sich. Ach die sind alle an den LEDs angebunden. Sieht man natürlich jetzt nur schwach durch die Kamera. Hammer. Aber geil. Ja. Episode 5 wie es gedreht und gebaut wurde. IG-88. Und gleich kommt das größte noch. Oha. Der Hammer. Ich glaube ich könnte Jahrzehnte hier verbringen, filmen machen tun und ich würde einfach nicht alles drauf bringen. Ach, Jabba's Purse aus Lego mal. Eine Klon-Truppler-Basis. Coole verschiedene Modelle. Das gelbe geile Farbschimmer. Oh nein. Oh. Kleiner Sternenzerstörer als der vorne. Ach die beiden Brüder. So. Dann. Vorsicht. Wir gehen runter. Oh hier steht sogar eine Nachbindung. Andere Stuff noch. Oh. Blade. Ian Flags. Legend of the Seeker. Hellsing. Das sind ja teilweise original Kestüme, so wie ich das richtig gehört habe. Eine riesen Sammlung. Flood Rain. Die Feinds und After Earth. Und hier, werdet ihr verstanden, das ist das Herzstück. Nämlich, wir legen uns in den Eisplaneten Hut rein. Heiliger Bim Bam. Wie groß der Raum einfach ist. Na, da zieht sich jemand hoch. Ah, hier. Die Ausstellung endet hier. Aber trotz allem mega geil. Ich habe euch jetzt einmal mit durch die Ausstellung genommen. Die Ausstellung. Das war so cool. Da. Und das war so cool. Dina. Dina. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt den selben Song nochmal. Alles klar, den selben Song und los!